Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Python Challenge. Heute mit einem Equal-Sum-Sublist-Problem, wie ich es genannt habe. Und zwar folgendes. Wir wollen, dass uns eine Liste zurückgegeben wird, beziehungsweise, dass wir eine Liste eingeben. Und wir wollen n, also Parameter n, Sublisten, also Unterteilungen von diesen Listen haben, die zusammen jeweils dieselbe Summe haben. Das bedeutet, nehmen wir hier mal das Ganze als Beispiel. Wir wollen hier Equal-Sum-Sublist mit x als Liste und drei Sublisten haben. Das bedeutet, wir wollen drei Listen aus dieser Liste hier bauen, die sozusagen alle dieselbe Quersumme haben. Das heißt, minus 9 plus 1. Kleines Beispiel jetzt hier. Ich habe das im Vorfeld natürlich schon überlegt. Minus 9 plus 1 ist 8. Plus 1 plus 1 wäre 2, minus 10 wäre minus 8. 2 plus 3, minus 3 wäre immer noch 2, minus 1 wäre 1, minus 9 wäre wieder minus 8. Das heißt, diese Sublisten, die hier, die hier und die hier, haben zwar natürlich unterschiedliche Größen, aber ihre Summe ist jeweils minus 8. Und wir haben 3 an der Zahl. Das heißt, wir haben hier einen Treffer gelandet. Und natürlich kann es hier auch passieren, dass es keine Subliste gibt. Das, ja, das kann passieren. Und das ist natürlich dann unser Job, das rauszufinden. Das heißt, wir haben mehrere Ausgabemöglichkeiten. Wir haben einmal False, falls es keine gibt. Und wir haben die Sublisten, falls es Sublisten gibt. Okay, wie machen wir das? Nun, Sublisten sind keine Subsets. Das ist ein großer Unterschied. Wir arbeiten hier nicht mit Mengen, sondern diese Objekte hier, diese Zahlen, haben eine Reihenfolge. Und wir wollen Sublisten erstellen. Das heißt, von hier bis irgendwo. Aber wir können nicht einfach sagen, wir nehmen die minus 9 und wir nehmen die plus 2 hier. Das geht nicht. Wir müssen die minus 9 nehmen und dann müssen wir die 1 nehmen und dann müssen wir die 1 nehmen. Das ist das, was das Ganze hier zu einem effizienten Algorithmus machen lässt. Denn ansonsten hätten wir hier wirklich keinerlei Chancen, alles zu machen. Also wir müssten sozusagen Blutforcen, mehr oder weniger. Das wäre das Rucksackproblem quasi schon. Und ja, das lässt sich nicht effizient lösen. Aber mit diesem wunderschönen, mit dieser Sublisten-Limitierung hier können wir das Ganze in O von N schaffen tatsächlich und O von 1 Speicher platzen. Jetzt überlegt ihr einfach mal, wie ihr das Ganze machen würdet. Und meine Lösung kommt jetzt. Okay, also was passiert? Wir wollen erstmal natürlich rausfinden, wie viel eigentlich die gesamte Summe ist. Das heißt, dieses gesamte Teilchen hier, wie groß ist das? Nun, das wäre dann einfach mal unser Target, nennen wir das jetzt einfach mal. Und zwar wäre das die Summe von L, also über alles. Und zwar geteilt durch, naja, wie viele Sublisten wollen wir haben? Natürlich N Sublisten. Das heißt, wir haben hier das N auch schon gleich mit verwurstelt. Ähm, warum habe ich jetzt hier direkt geteilt? Na ja, Summe von L liefert uns die Quersumme über, oder die Summe von allen Zahlen und durch N. Wir wollen so und so viele Sublisten haben, in dem Fall 3. Das heißt, wir müssen natürlich sagen, okay, was ist das Ganze aufsummiert, geteilt durch 3, was ist das? Und in unserem Fall wäre das tatsächlich hier eine Zahl, die man, ähm, ja, die eine ganze Zahl ist immerhin schon mal. Das ist schon mal ein Fortschritt. Und, naja, wenn es eben jetzt keine ganze Zahl mehr ist, dann wissen wir schon, okay, das lässt sich gar nicht teilen. Also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel plus 1 machen würde, hätte ich eben noch nicht minus 8, sondern minus 7,2 Drittel als Lösung. Und 7,2 Drittel, das lässt sich mit ganzen Zahlen irgendwie schwer realisieren hier. Deswegen, ähm, können wir hier das Ganze direkt abkürzen und sagen, if type von target, ähm, if not type von target gleich gleich int, dann return false. So, das wäre zumindest mal unsere erste Limitierung. Das ist aber nicht unbedingt nötig. Man macht sich damit nur ein kleines bisschen leichter. So, jetzt, wie können wir weiter fortfahren? Naja, wir wollen ja das Ganze aufteilen. Das heißt, wir iterieren jetzt einfach von links nach rechts durch. Also sagen hier wirklich for i in l, ähm, für jedes Element in der Liste. Und wir summen einfach mal das Ganze auf. Und da würde ich jetzt hierher gehen und sagen, okay, ähm, wir brauchen als erstes mal eine current sum sozusagen. Current sum, am Anfang natürlich 0. Wir brauchen ein, ähm, ein Return-Ergebnis sozusagen. Also sowas wie res als Liste. Liste aus Listen natürlich. Und, ähm, ja, das können wir dann hier umsetzen. So, wenn wir jetzt durch diese Liste durchgehen, dann sagen wir natürlich als allererstes mal, okay, was passiert denn, wenn ich auf meine current sum einmal die, ähm, das Element drauf addiere. Plus gleich i. Selbstverständlich möchte ich hier quasi sagen, okay, wir haben am Anfang 0, erstes Element drauf addiert, dann sind wir bei minus 9. So, und wenn das jetzt hier, wenn diese current sum unser Ziel ergibt, das heißt, ist gleich ist gleich target, dann haben wir eine Liste vollständig. Und das heißt, was wir jetzt machen ist, wir sagen einfach, okay, jetzt müssen wir das noch irgendwie in dieses res eintragen hier. Wir wissen aber gerade gar nicht, wo wir eigentlich sind. Deswegen müssen wir das natürlich on the fly eigentlich machen. Und deswegen erstellen wir uns hier noch eine res i-Liste sozusagen mit einfach keinem Element. Hier sagen wir dann, okay, res.append. Wir wollen i hinzufügen. Und, ähm, ah, whoops, das muss natürlich außen dran. Sorry. Das muss außen dran, ganz dringend sogar. Und, äh, hier fügen wir quasi die Elemente jeweils hinzu. Das heißt, wir fügen die minus 9 hinzu. Wir fügen die 1 hinzu. Und dann erreichen wir unser Target hier und müssen natürlich diese res i-Liste, also res.append res i, müssen wir da hinzufügen. Und anschließend sagen wir wieder res i. Fangen wir von vorne an. Das heißt, einmal leer gemacht das Ganze. Und, äh, ja, dann, dann kann ich wieder von vorne meine Elemente einfügen. So, und was sollte jetzt am Ende passieren? Also, wenn ich das mit allen Elementen gemacht habe, ich printe euch mal ganz kurz, wie das dann aussehen sollte. Res sollte so aussehen. Und zwar, wenn ich das jetzt starte, kriegen wir ein False. Äh, weil das Ding kein int ist. Okay, ja. Hätte ich drauf kommen können. Ähm, wir können das Ganze auch ein bisschen anders schreiben. Und zwar können wir ja einfach sagen, int von Target. Gleich, gleich Target. Ähm, und falls ja, äh, if not, ah, wobei, wir können es eigentlich so lassen. Und dann sagen wir hier Target ist gleich int von Target else return False. Ähm, damit überprüfen wir quasi, ist eigentlich der Wert intern derselbe? Das sollte jetzt funktionieren. So, und wir sehen jetzt hier, wenn wir das ausgeben, achtet darauf, wir haben noch nichts zurückgegeben. Deswegen, wir sind ja noch nicht fertig mit dem Ganzen. Okay, also, wir haben hier einmal minus 9, dann 1. Dann eine leere Liste. Hm, hm. Wie, wie, wie kann das passieren? Und das liegt ganz einfach daran, dass ich hier die Current Sum nicht mehr, äh, auf 0 gesetzt hab, weil ich doof bin. Und, ähm, natürlich müssen wir am Anfang wieder mit der Current Sum anfangen. Und hier darf ich nicht Res-Punkte pen schreiben, sondern muss natürlich Res-I-Punkte pen schreiben. So, jetzt sieht das Ganze besser aus. Also, das heißt, wir haben hier einmal minus 9, einmal 1, dann haben wir 1, 1, minus 10. Dann haben wir 2, 3, minus 3, minus 1 und minus 9. So, und die geben jeweils die Quersumme minus 8. Und damit sind wir eigentlich am Ende. Damit sind wir hier quasi durch. Das heißt, Achtung, wir sind noch nicht fertig, bitte noch nicht als Lösung betrachten. Das heißt, ich sag hier einfach mal, okay, dann geben wir doch mal Res zurück. So, ähm, und ja, das mag funktionieren, aber es ist nicht vollständig. Und zwar, wenn wir das Ganze jetzt hier mal genauer unter die Lupe nehmen, nehmen wir an, also, nehmen wir zuerst mal an, wir haben hier die, ähm, ah, wir müssen minus 8 kriegen, ne? Minus 4 und minus 4 noch hinten dran. So, was passiert dann? Nun, dann kriegen wir ein False zurück. Ach ja, weil, ähm, minus 24 minus, ja, das ist nicht durch, durch 3 teilbar. Ähm, machen wir doch hier einfach mal minus 2 und minus 1 rein. Das sollte durch 3 teilbar sein. So, dann bekommen wir hier minus 9 zurück. Hm, das wird nicht so ganz funktionieren. Das heißt, hier sollte eigentlich False zurückkommen, dass es halt nicht funktioniert. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall noch einen kleinen Catcher einbauen, ähm, damit wir hier nicht aus Versehen andere Sachen, also, selbst wenn wir eine Summe bilden können. Ich meine, das hier wäre jetzt minus 9 als, also, das Ganze geteilt durch 3 wäre minus 9, offensichtlich, weil ich hier minus 3 minus 1 hingefügt habe. Das heißt, wir müssten hier jetzt sagen, okay, ähm, wenn die einzelnen Elemente nicht stimmen, das heißt, wenn len von res nicht gleich 3 ist, ähm, dann müssen wir hier False zurückgeben. Das heißt, einmal hier, wenn len von res gleich 3 ist, dann geben wir es zurück. Ansonsten returnen wir False. So, das würde, ähm, dieses Ding hier machen. Was ist hier mit los? Ja, okay. Ähm, hä? Was soll das denn jetzt? Return False, ganz einfach. So, ich weiß, ich muss das hier nicht schreiben. Ich kann auch einfach hier das Ganze so schreiben, wenn es dem einen oder anderen lieber ist. So, und hier müssten wir jetzt eigentlich ein False zurückbekommen. Wunderbar. So, das ist natürlich jetzt ein konstruiertes Beispiel gewesen. Was passiert denn, wenn wir das haben? Dann haben wir ein wunderbares Exemplar. So, wir können es aber immer noch kaputt machen. Und zwar, wie können wir es kaputt machen? Nun, was wäre, wenn wir, ähm, lasst mich das ganz kurz ein wenig manipulieren hier. Und zwar, plus 8, dann haben wir die Quersumme 0, oder die Summe 0, dann hier, ähm, ach, stopp, das muss ich hier vorne machen. Sagen wir hier einmal 8, dann 1, dann haben wir hier auch 0, 1, 1, 8, minus 10 ist auch 0. Äh, 2, 3, minus 3, minus 1, minus 9, wäre auch 8, das heißt, hiermit müssten wir eigentlich auf eine Quersumme von 0 kommen. Und das ist auch fein soweit. Was wäre denn aber jetzt, also jetzt haben wir quasi Summe 0, äh, in jeder Liste, was wäre denn aber jetzt, wenn wir hier plus 8, und dann minus 8 noch reinhauen? Hm, hm, dann haben wir ein False. Dabei sollte das eigentlich ein True ergeben. Wir haben hier nämlich gesagt, okay, ähm, wir wollen jedes Mal eine neue Summe anfangen, und wir haben hier gesagt, hm, wenn die Länge der, der Listen gleich 0 ist, äh, gleich, gleich die Anzahl, äh, gleich 3, ja genau, gleich n natürlich muss das heißen, wenn die Liste gleich n ist, dann ist das okay, aber wir haben hier eine Nullliste. Ich meine, theoretisch könnte man die auch noch in die nächste Liste davor packen, man hätte trotzdem eine Null am Ende. Also müssen wir das noch irgendwie ein bisschen umgehen. Und zwar, indem wir hier einfach sagen, okay, oder, ähm, wenn, also das ist ja wirklich der Spezialfall, wenn unser Target gleich 0 ist, ja, und dann die Länge von Rees größer gleich n ist, ja, was machen wir dann? Naja, dann müssen wir halt die noch ein bisschen zusammen merchen. So, das heißt, wir können hier einmal sagen, okay, ähm, wenn wir das hier haben, if, dann returnen wir, return, ähm, eine Liste aus Rees von 0, äh, beziehungsweise, wir können das ganz sicher auch einfach als Vorschleife schreiben, for i in Range von n, äh, n minus, ja, wobei n passt eigentlich soweit, äh, n, ah, jetzt brauchen wir eine Rees 2 oder sowas, sowas, dass wir es updaten können, als leere Liste, und dann updaten wir quasi, indem wir sagen, res.append, ähm, res von i, ups, von i, und am Ende sagen wir hier, for i in Range von n, bis len von res, also quasi die übrigen Listen, die eigentlich zu viel sind, die fügen wir jetzt hinzu, und zwar res 2, von n minus, plus 1, äh, Punkt extent, oh, hab ich mich, ja, ich hab mich verschrieben, Punkt extent, und zwar mit i bitte, und damit fügen wir quasi diese Liste einfach hinzu, so, und das sollte uns jetzt was anderes geben, und zwar am Ende, natürlich hier, return res 2, so, schauen wir uns das Ganze doch mal an, ähm, i, ja, i ist keine Liste, das ist korrekt, vielen Dank dafür, res von i meine ich natürlich, und wir starten das Ganze, und sehen hier, da wird jetzt einfach noch hinten dran, diese, diese Nuller, die werden da einfach noch dran geklatscht, ja, und, äh, am Ende haben wir hier quasi, egal wie viel wir hier haben, wir können hier noch weiter oszillieren, also minus 4, plus 4, ähm, 1, minus 1, und so weiter und so fort, die werden einfach alle in die letzte Liste reingeklatscht, und am Ende haben wir trotzdem ein wahres Statement, das ist schon mal etwas, was, was nicht schlecht ist zumindest, aber das betrifft uns auch noch woanders, und das möchte ich euch auch nochmal ganz kurz zeigen, minus 9, 1, 1, 1, dann machen wir die 8 hier raus, dann machen wir die 8 hier raus, und dann sollten wir wieder bei dem Minusding sein, genau, so, und wir haben jetzt hier ein Ergebnis, okay, also, das ist wieder die ursprüngliche Minus 8 Quersumme, äh, glaube ich, oder, nee, es sollte eigentlich nicht die Minus 8 Quersumme sein, ist ja interessant, ähm, doch, es ist die Minus 8 Summe, und zwar, natürlich hier, Minus 9, Plus 1, Minus 8, okay, die 3, 8, äh, oder Minus 8 besser gesagt, die 3 hier, äh, beziehungsweise die 5, Minus 8, und am Ende, was machen wir mit den Zahlen, naja, die ignorieren wir einfach, wir sind ja hier fertig, wir kommen nie wieder hier rein, dass wir auch tatsächlich auf das Target kommen, hm, schwierig, was machen wir mit den letzten, äh, mit den letzten Zahlen hier, naja, ganz einfach, wir müssen uns die noch hinten dranhängen, wenn wir am Ende sind, das heißt, ähm, wenn die Current Sum gleich 0 ist, aber das Target vielleicht nicht gleich 0 ist, also ist eigentlich völlig egal, ähm, if Current Sum gleich gleich 0, dann müssen wir Res i noch hinzufügen, aber Achtung, nicht einfach irgendwo, sondern Res von n minus 1, Punkt, auch wieder Punkt Extend, ups, Extend, und zwar Res von i, damit fügen wir quasi die, die wir hier noch vergessen haben, einfach hinzu, und haben am Ende eine Liste mit allen Zahlen drin, das heißt, wir haben hier diese minus 4, ähm, plus 4, 1, minus 1, 8, minus 8, haben wir auch noch mit reingepackt, weil das verändert ja die Summe hier drin nicht, am Ende haben wir hier, wenn wir das aufsummieren, hier haben wir 0, das heißt, ist es nur das, was hier vorne ist, irgendwie relevant für uns, und das ist jetzt so ziemlich das, was wir haben wollen, ähm, ja, also zumindest ganz grob, im Endeffekt, Schuld ist mal wieder die 0, und, äh, das wäre bei Multiplikation die 1, das sind einfach diese neutralen Elemente, die ein bisschen seltsam sind, die sich komisch verhalten, die man irgendwie separat behandeln muss, ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall mal ein Anfang, und ich glaube, wir können hier definitiv was mitnehmen, ähm, genau, dass, dass wir hier zumindest mit solchen Sachen einigermaßen umgehen können. So, ich habe 100%ig noch irgendwas vergessen, ihr findet meistens noch irgendeinen Spezialfall, den ich nicht bedacht habe, das ist wie gesagt jetzt live entstanden, mehr oder weniger mit ein bisschen Schnitt oder sowas, bis sie mal kurz vorher drüber lesen, damit ich das hier auch erläutern kann, und ein bisschen was vorher konstruieren, aber ich werde wahrscheinlich nicht alles bedacht haben, und falls ihr noch was bedenkt, was ich nicht bedacht habe, dann schaut bitte in die Kommentare, beziehungsweise schreibt in die Kommentare. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal, bis dann, ciao.